Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWaddenmonstam74, wir sind bei der zweiten Halbzeit des Adventskalenders, das ist Türchen 13. Und was ganz lustig ist, dies war, ihr seht das ja gleich, startet mal eben durch, dann seht ihr auch welchen Movie von Disney wir jetzt gleich bearbeiten, und zwar Home on the Range oder bei uns Die Kühe sind los. Auf, wieder eine Granatenübersetzung, was ganz lustig ist, das ist so ein netzter 2D-Film, den Disney gemacht hat, wobei, die sind ja dann irgendwann zum Stil wieder zurückgekommen, aber da kommen wir auch noch hin. Und wir nähern uns jetzt langsam auch dem Ende der Gameboy Advance-Ära, das heißt, wir gehen bald auf Nintendo DS und andere Plattformen. Ja, ja, wir rüsten auf. So. Neues Spiel. Die Wüste, über der, äh, die Sonne über der Wüste stand in ihrem Zenit. Es war bereits ein langer, harter Tag gewesen. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Sie waren zu sechst, jeder Einzelne von ihnen bewaffnet und gefährlich. Das ist aber egal. Ich dagegen war ganz allein, mir blieben nur meine Vierhufe und mein Verstand. Sie hatten keine Chance. Ha, ha, ha. Ja. Was ganz putzig ist, ähm, das Game, wie ihr seht, hat so ein paar, äh, gute Lacher. Also ich fand schon mal cool, dass das mit so einem Beat'em-Up anfängt. Bei dem Film weiß ich bis heute nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Äh, ich denke, man kann ihn sich ansehen. Wenn man ihn mir nicht gesehen hat, hat man aber auch nicht irgendwas verpasst. Also geht darum, dass, äh, die ihren Bauernhof verlieren und dann eben, äh, Kühe und andere das versuchen eben zu verhindern und herauszufinden, was da für eine, äh, Geschichte ist. Also ein typischer, äh, typisches Wild-West-Szenario, äh, mit Tieren halt. Kein Problem für einen Helden, ob das wäre für mich. Oh nein. Back, 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 Schluss damit. Äh, wiss, wiss. Keine Zeit zum Träumen, alter Junge. Ich habe gerade gehört, dass Alameda Slim, wahrscheinlich Alameda Slim, Rico und die drei Willis aus dem Gefängnis ausgerissen sind. Was? Oh nein. Sie werden versuchen, sich an den Kühen, der Patch of Heaven Farm, dafür zu rächen, dass sie von ihnen hinter Gitter gebracht wurden. So sieht's aus. Du musst sofort zur Lust zur Patch of Heaven Farm und sie waren. Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Behalte dich mal besser, Junge. Ich habe nämlich gehört, dass sie seine Kirchweih wollen und du willst sie doch nicht verpassen. Gut, in Ordnung, dann mal los. Spiel das Game jetzt nach dem Film? Egal, werden wir wahrscheinlich irgendwie rausfinden oder irgendwann nicht. Also was ganz putzig ist, das seht ihr, glaube ich. Das ist schon mal schön, dass es andere Sachen gibt. Das ist mal hier mal ein bisschen abwechselnd. Gibt ja auch von Yoshi so ein Sveudo 3D. Oh, zack. Das war ja schwer. Ach, ich glaube, das ist dann, äh, das war, glaube ich, diejenige, die, glaube ich, von, ne, ich glaube, die von Hella war, war, glaube ich, dann noch, ne, doch, glaube ich, das war die, 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 die Hella Kuh, ne? Die Hella von Sin Kuh. Ist, ist egal. Ähm. Ihr seht, ich habe auch nicht mehr so wahnsinnig große Erinnerungen an den Film. Na, sieh mal an, das ist ja Buck. Was machst du denn hier, Buck? Ich habe gerade von Lucky Jack gehört, dass Almeda Slim und seine Bänder aus dem Gefängnis wischen. Wir glauben, dass sie sich auf dem Weg hierher befinden. Müssen los und sie zur Strecke bringen. Gute Idee. Wir fangen sie wieder ein und kassieren das Kopfgeld für sie noch einmal. Genau, aber diesmal machen wir es richtig oder gar nicht. Wenn wir abkassieren wollen, müssen wir zuerst alle Steckpliefe der Banditen einsammeln. In Ordnung, aber erinnere ich euch noch daran, dass wir gegen Slims Jodeln schutzlos waren? Wenn wir losziehen, hypnotisiert er uns mit seinem Jodeln und nimmt uns gefangen. Stimmt, warum reden wir nicht, Jab zu gehen? Jab? Der macht niemals mit. Er sagt immer zu allem Nein. Das stimmt. Da wette ich doch drauf. Macht der Satz dann Sinn? Jab, da bist du ja. Wir wollten dich um einen Gefallen bitten. Nein. Aber wir haben dich ja noch gar nicht gefragt. Die Antwort ist trotzdem Nein. Jab, würdest du bitte nicht den ersten Steckbrief für den entflohenden Banditen suchen? Ich sagte Nein. Wunderbar, ich bin so froh. Ich habe gesagt, dass ich es nicht tun werde. Hast du nicht? Du hast ganz klar Ja gesagt. Sie hätte dich nämlich gebeten, nicht zu gehen. Und du hast Nein gesagt. Das bedeutet, dass du gehst. Halt. Warte. Du warst nicht gemeint. Jab, wage es bloß nicht, dein Wort zu brechen. Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Also gut, ich gehe. Aber dass mir bloß keiner meine Blechbüchsen anrührt, während ich weg bin. Der Vogelscheuchenhügel. So, haben wir jetzt wieder ein übliches Jump'n'Run? Ja. Ja, das war so klar, dass wir die kaputt machen können. Hey, schauen wir uns das an. Das sind Springenbohnen. Und? Ja, und? Besser hätte ich es nicht formulieren können. Besser nicht. Wenn du die frisst, dann kannst du beinahe doppelt so hoch springen wie normalerweise. Ich kann sie nicht selbst fressen, weil ich schrecklich Schluckauf davor bekomme. Aber du bist eine Ziege und du kannst alles fressen, oder? Ein Doppelsprung? Hm. Könnte nützlich sein, schätze ich. Was muss ich da machen? Einmal, äh. Nicht ganz einfach. Kein Problem für einen alten Ziegenbock wie mich. Das höre ich gern. Dann lass dich lieber... So. Fressen. Ja. Ui. Äh? Ah, das Dach. Jetzt kommt Juncker, ob wir auch bleiben machen. Das ist jetzt nicht so schwierig, denke ich. Immerhin ist es abwechslungsreich. Das muss man schon mal jetzt nach ein paar Sekunden sagen. Also jetzt mal um den gut, den wir levelen jetzt hier vielleicht nicht, aber... Das war ja schon mal ganz putzig. Ähm. Und am Boden. Das ist unglaublich. So, machen wir es. Das ist ein 100% Run. Das war wahrscheinlich höchstwahrscheinlich der Checkpoint. Alter. Und da. Oh. 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 auch irgendwie so eine bodenattacke alles abgeräumt ja voll hilf warte was denn siehst du die kiste auf dem felsen vorsprung ja sie ist damit wenn du springst und dann bedrückst kannst du sie zu einem fallen bringen wirklich und warum sollte mich das interessieren weil es der beste weg ist wenn du über das wasser willst schon gut ich mach's ja schon und jetzt lass mich allein du bist nicht gerade der geselligste typ stimmt's hätte jetzt gerne eine gepackt passt so schweißt man das ding ins wasser war 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 jetzt mal weg oben so nicht war war so ein frei leben Das haben wir ja alles abgeräumt. Wie ein Stolz. Da sind sie sich einmal nicht ganz so einig. Wollen wir ein paar Dosen abräumen. Oh, sogar noch ein weiterer Abschnitt. Hahaha, ist aber klar, was heißt töten? Mal so klar. Ja, ich würde aber sagen, das reicht auch wieder für den, äh, ähm, für das kleine Türchen. Das ist die Kühe sind los oder Home and Ranch, ähm, ja, ne? Ist halt ein bisschen besserer Plattformer. Mit ein paar vielleicht netten Ideen. Und grafisch geht's auch ganz okay. Aber ist halt das übliche Lizenzzeug. Wie immer. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.